Wir sind das, was Hoyerswerda zu einer Stadt macht. Ein Leben lang. Wir sind die Zoo-Kultur. Nicht ohne Stolz eröffnete Geschäftsführer Arthur Kusper seinen Rückblick auf die zehn Jahre des Bestehens der gemeinnützigen Zoo, Kultur und Bildung GmbH mit einer musikalisch umrahmten Präsentation. Dabei ließ er die einzelnen Bereiche des Unternehmens Revue passieren. Volkshochschule, Musikschule, Schloss und Zoo, einschließlich Zoo-Restaurant Sambesi mit aktuell 84 Mitarbeitern, gehören zu dem 2011 gebildeten Konstrukt. Gegründet, um kostensparender wirtschaften zu können, scheint dies mit immerhin 500.000 Euro jährlicher Kostenreduzierung gegenüber 2011 gelungen zu sein. Vom Corona-Jahr 2020 abgesehen, zeigten auch die Umsatzerlöse stetig nach oben. Hervorzuheben sei besonders die Strahlkraft der einzelnen Einrichtungen weit über die Stadtgrenzen hinaus, so Kusper. Interessanterweise ist diese Grafik für alle Einrichtungen annähernd gleich, also sowohl für Musikschule, Volkshochschule, Zoo, Bibliothek, Museum, erreichen wir zu um die 50 Prozent Heuerswerderinnen und Heuerswerder und die restlichen Besucher, Teilnehmer, Gäste, Schüler sind aus dem Umland. Das heißt ja nicht zuletzt auch, dass das Gäste der Stadt sind, dass das zusätzliche Kaufkraft für die Stadt ist und dass so die Form aus dem Umland nach Heuerswerder geholt wird. Und im Fördermittljargon, wie es da so schön heißt, die überregionale Bedeutung ist also mehr als gegeben. So konnte der schon zu DDR-Zeiten als Naherholungszentrum Nummer 1 bezeichnete Tierpark selbst in Corona-Zeiten die allgegenwärtigen Besucherverluste in Grenzen halten. Für den Zoo sind wir stolz auf diese erreichten Punkte. Hinzu kommt vielleicht noch wichtig, dass die Besucherzahlen des Zoos, also jetzt in Bezug auf Top-Ausflugziel im Lausitzer Seeland, die Besucherzahlen des Zoos in 2021 und 2020 waren bundesweit um etwa 50 bis 40 Prozent unter dem Niveau von 2019, außer in den Zoos von Cottbus und Heuerswerder, wo wir ungefähr 15 beziehungsweise 20 Prozent unter den Besucherzahlen von 2019 waren. Etwas Sorgen bereitet Kusper hingegen die Musikschule und die Volkshochschule. Corona-bedingt fiel dort Unterricht aus. Bis dato haben offenbar viele Schüler den Weg noch nicht zurückgefunden. Nach wie vor sei man auf städtische Zuschüsse und Unterstützer, wie die Versorgungsbetriebe Heuerswerder angewiesen, betonte Kusper. Einer der wichtigsten Unterstützer des Zoos ist bekanntlich dessen Förderverein. Der allerdings blieb ungenannt.